Ich bin Therese und besitze und leite zwei Pilates-Studios in Graz. Ich gehe gern auf den Bauernmarkt, um regional und frisch einzukaufen. Meinen Pilates-Schülerinnen und Schülern helfe ich, ihr Körpergefühl zu erneuern und unbeschwert das Leben genießen zu können. Genuss bedeutet für mich auch, meine Freundinnen zu treffen und eine gemütliche Zeit miteinander zu verbringen. Immer dabei sind meine Ligeros. Mit ihnen gehe ich mit Leichtigkeit durch den Tag.